Was ist da hinter mir? Was machst du bloß mit deinen Flugzeugen? Das freu ich mich auch manchmal. So, Stream läuft jetzt weiter. Gerade bei mich weggeflogen. Ja. BB1, du gehörst mir. Wir drohen weg. Der ist tot. Wir sterben alle zusammen, weil der Gegner einfach zu stark ist. Boah. Ich dieses Gejaule vermisst habe. Yo. Oh. Hahaha. Auf die Gegner. Oh shit. Ich wurde ja komplett zerfetzt. Geil. Ich kann keine MG mehr. Boah, Junge. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Danke. Danke. Brauchst du Unterstützung? Rettischer Flugzeug zerstört. Nee, danke. Wie das denn jetzt? Mein Heckenschütze ist halt episch. Ja, hab ich gesehen. Mein Flugzeug ist nicht episch. Ich geh mal landen. F3, die tut mir weh. Ich muss auch mal landen. Mein Heck, das ist komplett am Arsch. Ja gut, eigentlich soll man ja in A, B ja nicht landen, sondern direkt in ein neues Flugzeug steigen. Aber um dann die Punkte jemand anderem zu geben... Ich weiß nicht. Ja. Abschusshilfe. Na gut, unser Flugfeld ist ja jetzt auch nicht gerade wirklich weit weg. Flugzeug zerstört. Nice. Super. Ich bin so stolz. Auf dich. Ähm. Und mich verlieren sowieso. Leider. Okay, also mein Heck hat's zwar erwischt, aber ich kann wenigstens noch alles steuern. Was heißt MK? MK? Ja, hier führt MK und der Zeit geht grad die ganze Zeit runter. Oh, ich werd beschossen. Ah. Bist du das? Nee. Oh, mein... Das ist ja jetzt landig so und vergeigt die Landung. Ja, und was machst du morgen? Morgen? Ja. Wahrscheinlich auch weiter zocken. Mal gucken. Wie ist das Spiel? Oder welches? Ich hab keine Ahnung. Mal gucken. Geil, mein Flugzeug hat keine Ahnung, aber es... Los, Leute! Das sind nicht mehr so viele. Ey, hör auf! Das Flugzeug geht nicht kaputt. Ja, das glaubst aber auch nur du. Na, ganz sanft. Oh, Touchdown! Ich mach viel sanft, ja. Ähm... Ich will nicht runterkommen. Hilfe! Und... Ich... stehe. Alles klar. Wir brauchen hier oben eure Hilfe. Ja, wir kommen ja jetzt gleich. Merken wir schon. Reparieren und dann ab geht's. Ich hör grad alles auf meinem Flugzeug raus, dass es geht. Repariert, neun, acht. Komm ich aber auch nicht. Drei, vier, fünf. Und... Repariert. Warte auf mich. Ja, ich warte. Null. So. Okay. Bin auch repariert... Reparatatouiert. Ich starte als erstes. Äh, au. Ich hab' ein kleines Problem. Ähm... Auch nur so'n kleines, ne? Ey, Mission ist hier abgeschlossen. Wir haben gewonnen? Ja. Wie das denn? Mein Gegner war mir übrig. Kein Gegner? Ne. Ah, ist klar. So, ich bin mal eben kurz für kleine Königstiger. Und dann bin ich sofort wieder. Ich hab' ein neues Lootzeug. Anja. Super. 2.3. I'm so happy for that. So. Hm. Ja. Und... Auf... Un consommest... Vielen Dank. Ich muss leider Gottes gehen. Ja, okay. So, ich mag Bescheid. Ja. Morgen muss ich Home-Schule machen. Dann muss ich um 8 Uhr wieder auf. Achso. Sag ich mal morgen mal? Ja. Jetzt hören wir uns. Ja. Mit Ö. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 da sind sie mag die feinde aus mit den fieschern ist ja in haufen artillerie und ich sehe schon mein erstes ab das ist böse oder nicht über immer schön böse gesagt ich bin jetzt auch gleich das erste opfer hier durch der treffer flugzeug verstört äh 14 grad luft oder boden luft also immer noch 2 mal 2 füllen das wieder oder 2 mal 2 wo wo ich nämlich luft hatte, wo ich dann noch nicht weg gemacht habe, weil ich waffe gut gespielt habe waffe klemmt scheiße Schütze ausgeschaltet, ja super. Schütze ausgeschaltet, ja super. Schütze ausgeschaltet, ja super. Schütze ausgeschaltet, ja super. Also es waren zwei drin, die die ganze Zeit nie was geschrieben haben, aber zugeguckt haben. Aber die zählen nicht mehr damit so zugucken, also irgendwie entweder bugt bei Twitch da was rum. Ich muss ja... Marc, brauchst du Hilfe? Mhm. Mhm. Wow. Und das war's dann mit den Piloten. Also meine Piloten haben schon mal mehr ausgehalten. Äh... Pilot ausgeschaltet. Ah ja, klar, Digga. Versteh ich. Ja. Immer doch. Und nehmen wir halt die Du 17C. Immer doch. Wobei ich könnte auch mit einer Einkel reinkommen. Ah komm, nehmen wir die Einkel. Abschuss hilft doch. Geil. Versuch jetzt mal ein bisschen außerhalb zu sneaken, um ein bisschen von deren Truppen da hinten wegzumachen. Mhm. Bin ich schon dabei. Hilfst du mir oder voll zu? Ich steig gerade. Ich versuche mich ein bisschen tief zu halten. Ich fliege hier durch die Buchten. Das ist mit einem Einkelbomber nicht so einfach. Aber wir könnten deren Gruppenanzahl sehr stark minimieren. Nein, dann wirst du einfach diese Linie da langkrotzen. Naja, aber das Problem ist, mir kommen hier gerade schon zwei, äh ne Junker, ne Junker Siu an und ne B18. Perfect. Geil. Masch... Munzürfelmaschinenwehr aufgebraucht. Keine Bomben, können ja gar nichts. Nein. Was kann ich da sagen? Ich dreh mal. Okay, alle Bomben raus. Sind jetzt 8 250er Bomben. Mal schauen, ob ich gerade treffe. Hast du schon was getroffen? Ein Ziel. Zwei Ziel. Drei Ziel. Ich werde gerade voll beballert. Uiuiui. Die haben sich gegenseitig ausgeschneidet. Uiuiui. Die haben sich gegenseitig ausgeschneidet. Kann man hier irgendwie die Fahrwerke auswählen? Ja, geh. Ja, mach ich gleich. Ich muss erstmal hier weg. Ölitz. Liegt. Äh. Ich hab'n Öl-Leck. Ne, nach unten. Uiuh. Was hat das Manöver uns hier? Warte mal rein. Warte. Musst du mich grad sehen oder so? Ähm. Er helft dir jetzt aber. Weil weiter, weit komme ich nicht mehr. Vision abgeschlossen. Geil. Außerird. Ja. Aber ausgleichende Kraft habe ich bekommen. Okay. Geil. Das heißt aber jetzt nicht, dass da jetzt nur diese Dinge sind. Es wird doch gleich wahrscheinlich eine Dinges kommen. Da müssten wir sogar auf Flughäfen landen. Da müssen wir Flughäfen einnehmen. Oh, ich wäre bereit. Ah, den großen Vogel, den ich gekauft habe, der ist schon ganz gut. Freddy-Fett-Bear. Willkommen zu Freddy-Fett-Bear-Pizza. Alpenwesen. Gab es nicht auch Flugzeuge wie, also Wasserflugzeuge? Ja, gibt es auch, aber das haben die Deutschen nicht. Vielleicht haben die da. Da müsstest du zu den Amerikanern, die Halbwasserflugzeuge. Egal. Ich weiß gleich, wo ich hier gehe. Mein Klob wird gleich schwindelig. Wo bist du überhaupt? Ich fliege hier gerade durch die Alpen. Aber dann würde ich zu dir kommen. Und dich unterstützen. Mit all den verfügbaren Mitteln, die ich besitze. Das wäre ein kleines Flugzeug. Ne, schlimm, ich bin jetzt auch gerade nicht mit dem Großen unterwegs. Sturzflug. Auf mich wird schon geschossen, geil. Außer, weil ich mein Höfer. Nummer 13. Hoch, runter, links, rechts. Ich würde niemals kommen sehen. Oh, mein Klob ist ja auch beinahe gestorben. Sehr nah an den Felsen vorbeifliegen. Dann kriegt der niemals hin. Aus Trixen. Hallo, Marc. Hi. Was ist denn los? Wo willst du hin? Nöps. Jeder erschossen. Ja, Alter, ich brauche sechs Minuten, bis ich... Okay, also mit Luftziele, Munition... Aua. Luftmunition kriege ich das Ding wohl nicht zerstört. Was ist denn? Das sind die Panzer. Hey, ich wurde ja gerade von hinten beschossen. Ja, das war ne Junker. Die hat es ein bisschen qualmt. Viel zerstört. Na, Abschusshörfer. Lenk sie ruhig ab, Marc. Ich mach sie dann fertig. Zack, einmal getroffen. Dann kommt... ...ne Heinke. Waren kaputt. Hättet ihr wohl gerne was? Idioten. Ich bin der beste Pilot hier. Ey, ich hör... Ich hör... Ich hör... Ich hatte nur... Flugzeug... Nyeow, nyeow, nyeow. Ah. Hat mich gesoffen. Mähdei, Mähdei. Mähdei. Oh, ich glaube ich nicht. Und ein Flugzeug zerstört. Au. Ich glaub, das Flugzeug wird mich getötet hat. Mein Motor hört sich auch nicht grad wirklich gesund an. Ich bin noch ein bisschen unbeweglich. Mein hinterer Teil ist weg. Beziehungsweise... Naja, er ist noch da, aber... Scheiße, Munition aufgebraucht. Naja, 15 Sekunden. Feind getroffen, aber... Zerstört. Heiße. Weckt sich nicht so viel. Ein Panzerwagen ist hier noch. Meine Waffe klemmt grad und ich... Versuch grad, den Feind vom Himmel zu holen. Komm mal, du dich da rum. Ich guck mal, ich komm mal, wenn der Feind hier oben... Gerade auf dich zufliegt. Teilweise. Ich... Komm, Waffe, ich klemm dich mal. Der Feind ist jetzt nicht so schlimm. Die... Der Panzerwagen ist schlimm, aber ich hab keine Bomben... mehr dabei. Den Feind kümmere ich mich auch. Was? Also, den nicht so? Mh, mh. Ich hab Munition für Luftziele dabei. Damit krieg ich keinen Panzerwagen zerstört. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist jetzt... Ich stehe gerade 12 zu 12. Natürlich fängt man einfach jetzt wieder. Alles gut, ich bin da. Die zwei sind auch was vor mir. Ich wollte meinen Kill klauen. Ich bin hier angeschissen, weil der mir in die Flugbahn fliegt. Sein Kack oder was? Was? Ach komm, der ist doch gleich down. Oh, der trifft nicht mehr. Alles okay? Na. Geht doch, der zerstört, ey. Ich bin natürlich gerade straight auf dem Weg zu mir. Na, der Haar ist 123. Der ist aber anscheinend über den Berg. Sind jetzt hier alle Panzerwagen weg? Keine Ahnung. Nein. Da ist noch einer. Okay. Holt ihr noch euch. Ich versuche hier ein paar restliche Dinge zu zerstören. Ja. Betonung liegt auf Versuch. Das ist schon kaputt, nein, das ist es nicht. Natürlich kennt meine Waffe jetzt wieder. Was ist denn kaputt, ey? Das kann wohl nicht wahr sein. Na, da hinten ist noch eine Artillerie. Fünf Panzerwagen. Oh, oh. Aber wo sind denn hier denn noch welche? Lott ausgeschaltet. Lol. Lol. Das war aber ein Glatterschuss. Na, ne Leck. Oh, bitte, das ist ein Flugzeug direkt über mir. Auch gut. Joanne Hurricane, alles klar. Sag, erst mal ein Flugzeug vom Himmel geholt. Nice one. Darum nehme ich den großen. Los, Marc, mach ihn fertig. Wow, einen Treffer habe ich nur hingekriegt. Ich habe eine Maschinenkanone, aber ich treffe nichts. Wow. Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen später. Oh. Wow. Das war ja jetzt ein Manöver. Zweifel. Fui, ui, ui, ui. Trefft ihr nicht? Doch, der ist kaputt. Ja, gut, dann. Einer noch. Ach, wo? Keine Ahnung. Also hier sehe ich gerade gar nichts mehr. Du? Äh, ja, ich sehe es. Auf der Karte kannst du probieren. Ich glaube, das ist noch ein Flugzeug oder wird. Die müssen noch eins von uns erstellen, wieder genauso. Wir haben kaum noch Flugzeuge, genauso wie dir. Entweder wir vergeigen an Flugzeugen oder dieser scheiß Restpanzer fehlt. Ja, Mission Ziel abschließen. Mission gescheitert. Oh. Und noch mal ne Schlacht Trophäe. Hast du auch eine bekommen? Hm, ne. Okay. Habe ich ihn jetzt gekriegt. Oh, Talismane. Rufen wir. Noch mal ne Runde oder wieder Panzer schlachten? Ja, das können wir wohl noch weitermachen. Okay. Aber erstmal würde ich gucken, schnell bei den Amis. Luftwaffe bitte. Nach den Flugzeugen. Weil ich habe eins mal gesehen, was mich richtig interessiert hat. Was betrifft. Was betrifft. ach so ja ich hab's das ist da 19 7 days to die 19 experimente ist verfügbar das b 25 j 1 hat finde ich ganz sehr nice wenn du bei den armys kannst du mit den armys ja weitermachen ja dann werde ich bereit aber was die armys angeht habe ich bisher auch nicht wirklich viel meine damit kannst du auf dem wasser landen was willst du mehr ja ja ich mache auch mal die armys die ersten kleinen flugzeuge sind echt lästig aus ehrlich gesagt die kann ich noch nicht ja so nett war groundstrike start in grad dafür haben alle die die ich hier habe bomben die amnistik zu holen zwei kleine böhmchen so ich gehe jetzt auf ganz tiefen boden Sollte 1 Mark, mach sie weg. Einer ist weg, nehm ich aufgefühlt. Ich leite nur Trepper, aber Fenster stört, geil. Waffe klemmt, Scheiße. Mein Heck. Fuck. Mein Pilot. Komm schon. Ach man, weil ich mir einen Motor aufbekommen bin, natürlich. Ich hab bald nur zwei Flugzeugen jetzt bei der Anis, ne? Wir sind belastend. No. P26? Ach, das Ding. Liegt ganz knapp überm Boden. Niaw. Da ist einer, das wird mein Ziel. Ich muss grad wegen meiner Höchstgeschwindigkeit aufpassen. Weil die Dinger sind für ne... Die Dinger sind irgendwie nicht für ne Geschwindigkeit ausgelegt. Wie hast du jetzt bitte ne Dornier zerlegt? Ja, ich hab der angeschossen und dann ist er auf den Boden geflogen. Keine Ahnung, der wollte irgendwie so ne Drehung machen und dann klatscht. Ich glaub der hat sich in der Größe seines Flugzeuges vertan. Wahrscheinlich. Alter mein Pilot wurde einfach instant gekühlt. Ja cool, ich kann jetzt mein Flugzeug einfach noch beim abstützen zu gucken. Ja. Oh geil. Der eine fliegt ganz oben, der eine fliegt... Bist du noch am Leben? Ja. Da bist du gut. Sind die auch Wasserflugzeuge, bist du da? Ja. Scheiße. Ich weiß. Aber die scheinen grad zu verlieren. Aber du bist auch ein bisschen beschädigt. Nur ein bisschen. Wenn man hier so von... mit 15 Flugzeugen attackiert wird. Mhm. Geht der Motor aus? Nee. Hört sich aber gerade ein bisschen so an. Das Ding ist halt einfach nur abgeschmiert. Achso. Irgendwann zum Hangar ne? Ne warte. Hab ja noch ein paar. Ja, die scheinen sehr zu verlieren. Wir haben nur noch zwölf Flugs. Elf. Wir haben noch 37 Kronen trocken. Die Flugzeugen sind echt scheiße. Also muss ich die kurz machen. Die kann man ja kaum pimpen, alter. Ja. Na, leider nein. Ja. Ja. Ich kann ja auch, dass ich bloß erstmal 4000 sammeln. Für das erste Flugzeug können. Von den Amis. Von der Baureihe. Na, leider nein. Ja. 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 Ja, ich bin da. Ja. Ein Flugzeug. Das ist das. Ja. Ja, ich bin da. Das hast du. Letches hab ich. Das ist gut zu. Ja. Ich hab das Ozu. Ne, die Ozu hab ich. Die heißt nicht Ozu. So, neuer Einspritzer. Spritz ein. Oder Spritz aus, keine Ahnung. Ich bin gerade an der SBZU dran. Und ich könnte mir jetzt noch die SB3-Downless kaufen. Aber dafür muss das vorrangige Modell erst erworben werden. Ich muss ja die TB1 erstmal freischalten. Dann darf die TB5-B1-8-A. Ja gut, ich hab ja schon die PBY-5-A-Katalina. Die hab ich ja auch schon. Die 2. Noch ne Runde? Ja. Ja, why not? Was denn? Ja. Aaron. Okay. Ja, ich fühle mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. Okay. Oh. Wait. Oh. Right ahead. No problem. Bye bye. Oh, ah, 18 Bodensieder. Ich bin aber bereit, ne? Ja, ich komme auch gleich. Sind nur noch 19 Wohnenziele. Da habe ich jetzt gerade mal irgendwie verschossen. Nichts. Eine habe ich noch. Trefft zwar eh nichts. Noch vieles Stück. Ja, mein. Jetzt sind es nur noch 7 Ziele. Mhm. Davon habe ich jetzt insgesamt 24 Stück. Mhm. Mhm. Ja, Geschwindigkeit wird zu niedrig Nase runter. Wie schaffen die das eigentlich, dass die in der Luft sich nachladen können? Ja. Was meinst du jetzt genau? Ja, die die Bomben nachladen können. Du hast ja eine Crew. Ja, aber haben die da, wenn die doch nur 8 Bomben laden können. Müssen die ja nicht eigentlich jedes Mal zurück zum Flughafen. Ach nee, stimmt ja. Das ist ja der Arcade Modus im realistisch Modus. Da müssten wir jetzt mal realistisch ausprobieren. Nein. Da müssten wir nämlich so gesehen, äh, hin und dann wieder zurück zum Auftanken. Wenn man die Zorn hat, oder würde das? Genau. Und du hast halt immer nur ein Flugzeug. Womit überleben muss. Ja, getroffen habe ich anscheinend nichts. Na gut. Wir haben gewonnen. Huhu! Ähm, zum Beispiel hier bei der Vitalität steht. Für einen unerfahrenen Piloten ist der zweite Treffer durch eine 7,92 mm Patrone oder eine Schrapnel bei vergleichbarer Größe in der Regel tödlich. Während ein Pilot mit maximaler Vitalität mit etwas Glück einen Treffer einer 12,7 mm Patrone überleben kann. Ja. 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 Komm schon wieder. Haben wir jetzt hier im Moment nur Ground Strike oder was? Die Schlachfechen. Uiuiuiuiui. Nja, erst mal runter. Holt sie euch. Ich gehe ganz nah an den Felsen vorbei. Dann schauen wir mal, mich als Osters herunterholt. Oh, wir haben Treffer gelandert. Bitte noch. Aha. Ja. Das ist ja schon der erste. Wenn ich holen will. Autsch. War ich da jetzt nicht grad von? Geil, ich habe Sprit-Leck. Jaul. Danke. Motor im Arsch. Mark hat jetzt schon richtig Lust. Ich schmeiß jetzt erstmal alle meine Bomben. Scheiß drauf. Mann. Wollten sie gerade echt wissen von mir. Was mein Gegner auf dem Wunsch, das zerstellt wird? Wäre verdammt witzig. Wäre verdammt witzig. Oh Gott. Aber noch nicht zerstört ist. Ach, Mann. Wer will denn sich mit mir betteln oder was? Geh grad über dir drüber. Er hat nur auf Versteigung gewartet, die Sau. versuche mich zum stützpunkt wird nicht mehr ich brenne ja ich bin auch kaputt das war es doch noch mit meinem heck so einer hat mich getötet alter der ist gerade folge gegen eine wand geflogen das geht doch wohl nicht ich hatte irgendwie gerade gefühlt der gleiche tippe gekillt kommen euch zu hilfe bros ja das ist anscheinend der felsen verschillt schade um den felsen er musste so leiden aber ihr habt euch ja beide mitgenommen eine tonne und 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 die cheat wird nicht installiert für den ausgewählten spielmodus muss anti cheat aktiviert sein das spiel mit hast du irgendeinen anderen auf das spielmodus ausgewählt und 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 panzer wenn du willst dann musst du jetzt bei den umstellen bereit ich habe hier noch so ein paar sachen die ich vielleicht einlösen könnte ja die beste staffel löse ich doch mal schauen ob wir jetzt auch wieder beste staffel werden jetzt so kommen wir rein direkt los ja alles one short weg manchmal hat man einfach so runden wo die gegner einfach hol sind als an die schädeldecke klopfen und du hast einfach so ein hall innen drin doch manchmal haben sie irgendwie die fettesten gehirne die man jemals gesehen haben und spielen nicht komplett taktisch aus oder sie kennt einfach nur die camper sind irgendwie am nervigsten in die schlacht würde ich sagen die sind wir jetzt mal direkt zu zehn ja meiner ist ja nicht so schnell 50 und 60 stundenkilometer meiner schafft gerade mal nur 39 60 stundenkilometer schafft einer 79 höchstgeschwindigkeit hat er eigentlich ja also ich hab grad 70 also 60 gesehen und dann habe ich gerade noch schon bei 70 ich würde auch mal gucken wie man hier manchmal einfach so leiden kann naja das liegt an den ketten irgendwie die helden kamerad hier bin erobert und da hinten ist schon der erste im stand drehen und hinfahren wenn ich jetzt wahrscheinlich so einen auf dem deckel kriege das war ein kritischer treffer siehst du den sport ja machen gerade fertig jetzt sind ja gerade welche bei c ich weiß die sind gerade erst mal weggefahren alter die ist zerstört ja cool ich habe ihn nicht beschädigt oder was aber mich hat erwischt aber ich habe vorher noch einen mitgenommen mich auch aber kaum waren wir von c weg kommen die alle zu c und b wird jetzt auch noch erobert war anscheinend niemand unser team jetzt irgendetwas kann ja grob geschätzt ich kann mit dem panzerjäger rein was hat der eigentlich mit der höchsten schwindigkeit 46 km h ich glaube der marder 3 ist nicht so schnell kann es sein dass du irgendwie festhängst ja 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 das war alles geplant und um die kurve junge das hat schon mal hingekriegt aus dem faden zu schießen und gleichseitig zu treffen ja aber nicht so oft ja wir wollen manöver Achtung da kommen sie dahinter BOMB also brav Achtung nächster Da kommt noch einer Ziel zerstört ich bin kaputt wassup bitches Yo ich könnte hier so ein bisschen Hilfe gebrauchen nur locket die mal ein bisschen dahin dann kann ich dir helfen Mein Motor ist gerade noch ein bisschen kaputt. Einer ist kaputt. Hast du mal reingesehen? Ich muss ihn gerade mit zwei Panzern umschlagen. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Mein Turm kann dich auch nicht bewegen, Junge. So, ich komme. Weil ich erscheine. Weißt du auch schon. Wir sind zu spät, finde ich. Schon kaputt. Wow, ich habe zwei Panzer, ne, oder? Doch, zwei Panzer habe ich getötet. Und schon kaputt, ja. Ich nehme zwei mit, du hast noch nicht mal einen mitgenommen. Gut. Yes. Weg mit dir. Ah, ich bin... Flo, danke. Ja, 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 das macht doch Spaß. So, Panzer macht ein bisschen mehr Spaß. Ich habe gerade merkt. Wo bist du? Und Slide Drift. Liegst du hier weg. Ab in die Garage. Na, geil. Da kommen sie. Sie ist zerstört. Ich komme gerade zu dir. Bei dir ist eigentlich gerade niemand mehr bei C. Aber anscheinend wollen sie gerade ein Fahrer hin. Achtung, hinter dir. Ja. 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 Ich gehe gerade als, äh, Flugzeug rein. Verstecke mit meinem Hintergrund in den Auflieger. Ich auch. Ich kann auch mal... Ich finde das ja echt witzig, wie mein Panzer ja eigentlich genannt wird, ne. Selbstfahrlafette. Oh, das war knapp. Niu. Niu. Ja, das war's mit mir. Ja, ich lass den einfach nur wegfliegen. Ja, ich... Hab versucht, den wegfliegen zu lassen, aber... Wenn der Flugzeug nicht schnell genug wieder hochzieht, dann, naja. Hör! Vor mir sind welche... Oh, scheiße. So schnell bin ich mit dem hier, glaube ich nicht. Gab mal 39 Stunden, gib mir was das denn? Ja, das Ding ist echt keine... Ja, das ist... Was Geschwindigkeit angeht, ist das eine Zumutung. Ah, da hinten stehen sie. Ich bin unterwegs. Der eine ist weg. Der stand irgendwie AFK da. Autsch! Ah, von dem! Ah, scheiße. Keine Sorge, ich werde dich griffen. Hoffentlich. Ich will doch schwer davon roffen. Da ist er! Deal zerstört! Nice. Brecher! Geil! Hier soll jetzt auch noch irgendwo einer sein, die ich weiß, hier. Oh, da ist er ja. Und ich bin tot. Ja, der hat mir auch gerade eben eingehustet. Weggehustet. Der hat alle meine Mannschaft gekillt. Und mein Motor. Aber explodiert bin ich nicht. Naja. Wo bist du denn? Ich eier hier gerade durch die Gegend. Hier haben wir am Einzelnen gewonnen. Ja. Aber leider keine beste Staffel gekriegt. Naja. Was wir aber dafür kriegen. Das ist sehr viel Erfahrung und alles. Das hat finde ich viel wertvoller. Ja, das stimmt. Ja, hier zwei neue Dings. Motor einbauen. Jupp. Die höchstlichen EP, die können für... ...Wett drauf gehen. Fertig. Weiter. Ups. Hier neu. Ach so. Mindestens ein Fahrzeug auf Rang 3. Aua. Ich bin bereit. Dann wird das nix. Wenn noch. Mindestens ein Fahrzeug auf Rang 3. Alles auf Rang 3 bis 8. Acht. Das war nicht langweilig. Ja, bis Sekunde. Warte. Warte mit Logistik. Ah. Verdammt. Das geht's. Verlassene Fabrik. Machen wir die Noobs fertig. Noob mir die Noobs aus. Benni, wir sind nur da. Ja. Wie der einfach stundenlang nichts sagt. Na gut, was soll ich auch sagen? Ey, du wärst der perfekte Freund für eine Freundin, die einfach durchgehend labert. Weißt du das? Ja. Der könnte pennen und die labert weiter. Ja, das ist halt Brandy. Brandy hat halt die Ruhe weg. Abzuziehen. Von der Schuhe leise. Also kann da noch kriegen. Ja, bin ich eigentlich auch. Ja, ist ja gut. Wir müssten uns hier aber jetzt nicht. Voll da, Mann. Nein, ja, nein. Warte denn, jetzt. Punkt C ist Gegner. Aber Realtalk, wie schnell die sind. Anderes Realtalk, so langsam wie wir sind. Jetzt kann ich auch nicht hilfreich. Siehst du schon einen? Ja, die Sonne blendet mich und das ist jetzt ohne Spaß. Da hinten steht einer, Achtung. Oh. Der ist doch schon tot, oder ne? Nein. Treffer. Nichts getroffen. Mich trifft er hier. Ich ziehe mich kurz zurück. Ja. Hättest du das aber von mir wissen, du? Jo. Instant tot, Alter. Jo, wo die stehen, Alter. Das ist ja der größte Rotz. Was für Feiglinge. Ja, schön hinter der Bude. Ey, das ist doch so ehrenlos, Alter. Wird man bei so welchen Gegnern erwarten? Nichts. Hm. Das ist einfach so traurig, wie die spielen, echt. Boah. Alter. War das okay? Ja. Ich hab mich grad aus Versehen direkt in das Territorium eingeschmuggelt. Ja, du Schadriff habe ich bei einem gemacht. Hm. Na, ich komm jetzt mit dem Jagdpanzer rein. Er hat doch ein bisschen mehr Wumme. Jetzt ist er ja 3,7er Pack. Habe ich ein Feuer in die Tür? Äh, Achtung. Wo bist du? Äh, ich stehe hier vorne. Scheiß. Munitionsreserven explodiert. Ja, super. Oh, 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 oh. Jetzt aber... Ja, da kommt ein Camper. Einfach hin? Hm. Und weg bist du. Ja, da bin ich jetzt im Flugzeug. Ein Panzer danach habe ich ja noch. Genau, den meine ich. Das war du. Ich guck, dass ich einen noch mitnehme in den Tod. Da ist einer, direkt vor dir. Hui. naja das war ja der der uns beide da eben ausgenockt hat wie kann ich denn so ehrenlos deine eltern tun mir echt weiht da darf ich auch swan fange der hat schon mal keinen schützen mehr scheibenkleister absolut zu spät abgezogen das war wohl nicht so alter wir haben erwartet ab zum hauptmenü zum hangar weil seine eltern tun mir so hart leid wenn ich seine mutter wäre oder sein fahrt ich würde von morgens zusammenschlagen bereit ja warte mal darunter konnte hier kommen was reißen ein bisschen muss da wieder arbeiten aber diese runde rotzen jetzt mal richtig weg wird schon level 26 du bist schon stufe 4 ich schlag mit dem pinsel hast du gerade geschossen da war es bestimmt wieder irgendeine unserer super tollen kollegen ich will da jetzt nicht unbedingt den b rennen weil ich weiß was ich dann wieder kapiere daher fahr ich außen rum und nehme c da hat es nen gegner aber sowas von weggehustet ja ich hänge hier fest das kotzt mich gerade an so jetzt karre ist wieder befreit woher kommt er achtung 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 brems das wäre dieses scheiß dieser scheiß b1 rechts Ja, das ist... Kack, ähm... Wegen da oben auf den Berg, oder was? Ja, die snipen. Ja, da hinten steht auch noch einer. Ah Gott, die hat ihn... Da wäre ich ausgeschaltet worden. Kannst du da irgendwas ausrichten? Nee. Aber wir nehmen uns mal den Herren vor, der hier gerade so schön... Kannst du da irgendwas ausrichten? Aber wir nehmen uns mal den Herren vor, der hier gerade so schön... Aber hier kommen gerade welche, wenn du hier hinfährst. Achtung Artillerie! Ah, ich stehe dir nahe beim Gebäude. Das heißt nix. Wieder Abfaller. Ja, kritischer Treffer. Ziel zerstört. Bist du denn? Ich stehe hier gerade. Stand. Bis mich ein T-26 könnte mit so nehmen. Ja, was... Wehe, der hat mich jetzt noch weggerotzt. Ja, hat er. Nee. Wie weit war der Schuss denn bitte? Jo, wahrscheinlich, er hat mich durch die ganzen Gebäude und durch die ganzen... Ja... Er hat aber den longsten Shot gemacht, den ich je gesehen habe. Ah, wir scheinen zu gewinnen. Dein Opa war ein urscharf Schütze in scheiß Panzer. Er hat ein Zielfernrohr auf dem scheiß Rohr. Er kann scopen wie nichts, ey. Er ist ein gottverdammtes Satellitenbild. Er sieht dich... Keine Ahnung. Fünf Meilen gegen Wind. Was geht? Nicht viel. Mehr geschossen. Hast du, dass ich hier gerade irgendwie stehe wie so ein... ...komischer Duke? Wem, Scheinwerfer nicht. Na, so in etwa. Ah, Praller! Abschlusshilfe. Noch eine Abschlusshilfe. Wir nehmen C ein. Ich düse mal zu. Ah, ne, warte mal. Hier unten kommt einer gerade. Ja, der nimmt mich auf meinem Feuer. Ah, danke. Der ist raus. Ich wollte ihm eigentlich gerade noch ein gutes Nachtlied singen. Und dann ist man ja schon höflich. Na, da fällt nicht durch. D wird gerade penetriert. Du, Honk. Hinter dir. Achso. Hat's... ...hats... 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 mir geht dieser b1 bis richtig haben ps da ich mache gerade ich treffe ihn zwar aber machen wird kaum schaden bei dem b1 da muss aufpassen das ist ein scheiß ding jetzt greifen die wieder zäh an ich kriege die krise na wir haben eh gewonnen wäre jetzt noch sehr komisch wenn sie jetzt das platte noch wenden würde da war ganz brunnen gemacht abschüsse ich hab's erwischt die letzten paar metern einen transfer habe ich ja noch weißt du die können das blatt noch wenden weil wir gerade nichts haben ja ja die haben ja gar nichts mehr da bin ich weg aber zweiten platz weiter platz heute aus und du auch oder zockst du noch ich gehe jetzt auch geht ihr ins bett